Ayo, ey, 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 deine Fresse, du bist RappertFierzestone, ayo, und wir sind hier wieder bei einem Teambuilding von der PBL ayo wir haben mal etwas andere Begrüßungen, ich hatte gerade Bock drauf ay und da ich das Ding eh schon so viertmal aufnehme weil jedes mal irgendein Fehler drin war jetzt hier bitte nach ähm ja, wir haben hier den dritten Spieltag gegen die Borussia Dortmund fahren. Hier das geile Bundesliga-Duell zwischen Stuttgart und Dortmund. Haben wir ja auch dieses Wochenende. Ich glaube sogar an exakt dem Tag, wo es hochkommt. Am Samstag müsste es sein. Geil. Haben wir erstmal schon die Prediction für den Kampf, würde ich mal sagen. Ja. Dann gehen wir mal durch. Mein Team kennt ihr ja schon. Hatte ich jetzt schon zweimal vorgestellt. Brauchen wir jetzt nicht nochmal, oder? Falls doch, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ich es jedes Mal wieder neu vorstellen muss. Ihr Blödis. Ähm. Ja. Haben wir über ihn. Bulu. Volkhenien. Äh. Mega-Schlapur. Koba mit dem Z-Stein. Oma mit dem Z-Stein. Latios. Äh. Savajone. Vesprit. Rotom. Sneebel. Und Donphan. Donphan. Oh yeah. Sein geiles Signature. Ich durfte mein Signature nicht haben. Dank Ackermask. Danke. Ähm. Und ja. Ich will da hier mal durchgehen. Äh. Was ich in meinem Team so sehe. Und was nicht. Ähm. Also. Bulu hab ich hier auf jeden Fall gesehen. Weil Bulu einfach immer gut ist. Hatte ich auch selbststellen. Darf fliegen. Das ist gut. Volkhenien ist sehr gut gegen mich. Wenn man sich mal mein Team anguckt. Ich komme. Selbst mit. Soulfest. Desperate im Sandsturm. Komme ich nicht in eine Steam Erruption rein. Ähm. Das. Einz. Einz. Die beiden wenigen Monsten. Äh. Die ich reinkomme. In eine Steam Erruption. Also gut reinkommen. Sind. Bisaflor. Und Kyurem. Und dann ist wieder das Problem. Der kann ja noch. Er kann ja auch Live-Opt sein. Dann noch sowas wie. Focus Blast. Oder Fire Blast. Und das macht bei dem. Monster Angriff von. Ich glaube 394. 372. Eins. Also eins davon. Also auf Level 100. Ähm. Ja. Da habe ich nicht so Bock drauf. Der Megalopan ist genauso wie. Bulu immer gut. Immer gut zu haben. Ja. Also sehe ich auch definitiv. Genauso wie Koba. Koba kann rocken. Der kann B-switchen. Der kann sich boosten. Der kann. Sterben. Ja. Soll er am besten auch. Ähm. Jo. Omat. Ja. Ähm. Den sehe ich jetzt nicht wirklich. Ist halt. Er ist okay gegen mich. Aber ist nicht so krass. Sehe ich jetzt. Wie sehr nicht wirklich. Da haben wir wieder Lati. Äh. Lati ist auch mal gut. Vor allem wenn man Bisa-Flor hat. In Bisa-Flor ist Lati immer gut. Heißt ich sehe Lati jetzt 100% eigentlich. Weil er muss mit irgendwas Lati wegböllern. Und da ist Lati. Äh. Er muss mit irgendwas Bisa wegböllern. Und da ist Lati eigentlich das Beste für. Dann haben wir. Äh. Sabayone. Sabayone kann Webslee. Er kann Belly Drum. Und er kann supporten. Und ich hoffe das ist eine. Das ist irgendwie die erste oder die dritte Variante. Weil auf die zweite habe ich echt keinen Bock. Da muss ich dann viel zu viel abwerfen. Wahrscheinlich. Und weil ich zwei Prios dann dabei habe. Also wir jetzt schon wissen was ich so dabei haben werde. Hey. Ähm. Ähm. Jo. Wesprit sehe ich nicht wirklich. Rotum sehe ich nicht wirklich beide. Einfach weil ich meine Darktypes habe. Ich habe da Cremotac. Wo keins von beiden. Allgemein kommt bei ihm fast nichts in den Knock-Off rein. Bis auf Schlappohr und äh. 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 Aber dann will ich nichts in den Knock-Off rein kommen. Vielleicht höchstens noch. Äh. Höchstens noch Bullu. Aber. Oder Sabayone. Vielleicht noch. Aber sie fressen halt auch von dem Choice Band viel zu viel. Äh. Spielet hier und sonst was. Sneeble ist noch das Beste von dem Unterrennen. Aber auch nicht so krass. Weil Bisa kommt auch einfach rein. Bisa steht da einfach. Und Bisa geht nicht weg. Und dann haben wir noch Donphan bei ihm. Und Donphan. Ist. Krottig gegen mich. Finde ich persönlich. Also. Ich hab Kriotag. Ich hab Bisa. Ich hab Kyurem. Die. Allein die drei nehmen. Donphan schon so heftig auseinander. Dass der eigentlich schon keinen Bock mehr hat. Und überlegt was zu dem Set Donphan von der anderen Seite spielt. Der will rocken. Der will äh. Spin. Der will IQ. Und dann will er noch Eis schaden. Und dann ist man fertig. Und dann trifft der Bisa nicht. Dann trifft der Kiu nicht. Und dann trifft der Kriotag nicht. Er kann vielleicht Rocks weg tun. Und dann Superpower spielen. Kommt Bisa trotzdem noch rein. Dann kommt auch Zwicklup rein. Dann kommt auch Famicua rein. Also. Das fand ich echt gut. Auch wenn es ein cooles Mon ist. Ich liebe das Ding selbst im Draft liegen. Aber gegen Michi ist echt nicht gut. Dann. Hier haben wir mal. Eins weiter. Und dann seht ihr wieder das wunderbare Layout. So wie immer. Wunderschön zusammengestellt. Spezialeffekte. Ähm. Ja. Ja. Das wir machen. Ist Bisa Floor. Und ja. Bisa Floor. Full Fist. Sehr viel. Ich muss in Schlapper reinkommen können. Und am besten auch noch den Toro. Da lohnt sich Fist. Bisa eigentlich am besten. Weil das Ding einfach in beide richtig gut reinkommt. Mit Machu Mom und HP Fire treffe ich alles zu seinem Team okay. Also beziehungsweise normaleffektiv. Habt noch die Egelsamen. Falls ich auf irgendein Matchup keinen Bock hab. Oder ein Gegner einfach. Äh. Oder einfach Legen will. Nachsitze zum Wiederhochheilen. Dann haben wir. Heatron. Als. Den nächsten zweiweiligen Boy. Der. Ja. Immer. Der immer noch sehr schön mit Bisa. Äh. Dann passt. Ich finde es ein. Ist ein sehr schönes Pairing in Draft. Liegen. Eins der wenigen. Die mir noch besser gefallen ist. Toro plus Heatron. Hatte ich selbst auch schon. Ist richtig geil. Vor allem auch. Wenn man dann auch Seetraking oder so dazu hat. Also noch den Water Dragon Teil dazu bringen. Da kann es halt fast schon. Äh. In jedem Move. Irgendwas rein zwischen von den drei. Und dann kannst du auch ein. Kommt. Und dann ist es. 8 Antinas drum. Rumbauen. Du hast fast alles rein. Das ist aber perfekt. Ähm. Jo. Heatron. Feuerfänger. Muss ich da spielen eigentlich. Ich weiß nicht. Ob das er sonst großartig ist hat. Diesmal ist er ein bisschen schneller der Boy. Hat auch die Roswellbeere. Diesmal habe ich das Item. Was ich wollte. Ähm. Jo. Die V-Split. 4kp. 4-Dev. Ja. Das sind die ganzen Vierersplits immer. Die am Ende noch übrig bleiben. Ähm. Ähm. Ja. Da haben wir. 244 Speed. Damit ausbiete ich Full Speed Bulu. Und. Ähm. Die 52 Spaz Attack. Das. Ist halt. Der Spaz Attack wert. Den ich hier spielen wollte. Einmal Flammenwurf. Erdkräfte. Finstere Aura. Und Tarnsteine. Tarnsteine würde ich halt legen. Weil Tarnsteine immer gut sind. Ähm. Ja. Flameslower. Earthpower. Was auch immer. Finstere Aura. Mit. Ich treffe eigentlich. Ich treffe damit alles in seinem Team gut. Bzw. Okay. Also. Ist jetzt nichts was. Jetzt. Äh. Mega abräumt bei ihm. Aber. Ist. Ist gut. Ja. Mehr kann man das jetzt nicht sagen. Was ist denn das? Ach. Das ist ja diese Rücke in den Einall oder? Wie man sie gerade. Weißt du nicht ob ich gerade laut genug gehört. Äh. Das ist diese Dorfrücke. Glaube ich. Äh. Schwarz-Weiß. Wo man ganzen Musiker anschreißen kann. Toll. Dann haben wir jetzt Zigarde. Den Doggo. Der Doggos. Ähm. Zehn Prozent. Zehn Prozent. Ist ein Lego der Lategame-Kliner gegen ihn. Weil. Äh. Ich fasse alles mit Turbo-Tempo. Oder Tausend Pfeilen abräumen kann. Schamboge habe ich dann. Nur wegen Bulu. Genau. Deswegen habe ich hatte. 188 Spez-Attack-Investment. Weil ich so. Ähm. Bulu. Mit. Also. 188 Spez-Attack. Live-Up Schamboge. Reicht aus. Um einen Full-KP Bulu. One-Hit wegzuräumen. Und das ist geil. Weil. Der. Ähm. Der wird. Reinswitchen. In. Ist egal. Weil der. Da nur mit den Tausend Pfeilen rechnet. Weil es einfach der. Move-to-Click ist mit Zigarre. Es ist einfach der. Move-to-Click mit Zigarre. Du riechst einfach immer Tausend Pfeile. Du kannst fast immer Tausend Pfeile drücken. Ja. Deswegen. Dieses Set. Ist. Der Rest halt übrig geblieben. Die. Mit 144. Aufspeede. Ich roter. In. Im Nachhinein. Wäre es vielleicht noch cooler gewesen. Wenn ich. Äh. Wenn ich. Vielleicht noch. Was zu machen hatte. Um Koba zu outspeeden. Aber. Brauche ich jetzt auch nicht so unbedingt. Ähm. Ja. Übrigens kleiner Fun-Fact. Am Samstag. Glaub ich. Spielen. Äh. Eben. VfB. Und. BVB. Gegeneinander. Also. Ähm. Also. Borussia Dortmund. Und. VfB Stuttgart. Und. Wir haben jetzt. VfB. Skogler. Gegen. Borussia. Donfan. Hey. Am gleichen Tag. Crazy. Das ist. Fun-Fact. Des Todes. Ja. Ist mir nur aufgefallen. Yay. Ähm. Nachdem ich. Ähm. Lustig. Ich auch schön. Am Samstag. Im Stadion war. Beim schönen 5-1. Von Hannover. Äh. Hannover. Das war sehr lustig. War wirklich sehr lustig. Ähm. Grüß an Flipsy. Hierbei. Der. Guckt meine Videos. Normalerweise. Weil ich es im Kopf habe. Wenn nicht. Böse Junge. Ähm. Haben wir Kyurem. Kyurem. Mit dem stillen Wesen. Offensiv feste. Full Spatz Attack. Äh. Full Spatz Attack. Full Spatz Def. Der Junge. Haut rein. Also auf jeden Fall. Der wird reingehauen. Bei dem Jungen. Der tankt den Schüttt einfach. Das ist einfach. Eigentlich nur wegen Wolk. Weil. Der. Das. Weil das. Das Mann ist. Was von Wolk nach am besten. Irgendwas tankt. Deswegen nehmen wir auch der offensiv feste. Und stille Wesen. Einfach nur damit ich. Da rein wechseln kann. Ein paar Mal. Und ihn immer rausgaren kann. Am besten noch während Rocks liegen. Und Wolken immer wieder Schaden tut. Und ich dann am Ende mit Zigarre. Oder Heat-Twinkels abräumen kann. Ja. Und ja. Ich habe den Kampf schon. Äh. Ich habe den Kampf schon gemacht. Aber ich rede so. Als hätte ich ihn noch nicht gemacht. Und ich werde ihn nicht spoilern. Hey. So wie bisher eigentlich immer. Ich habe. Ich habe. Ich habe. Ich habe noch kein Team-Building gemacht. Bevor ich den Kampf gemacht habe. Äh. Das ist ziemlich crazy. Ähm. Jopalemalem. Äh. Stilles Wesen. Gaubebeere. EV-Spitzone. 44 AP. 12 Deaths. 52 Spitz-Death. Ähm. Stilles Wesen. Äh. Spitz-Death. Plus. Minus Attack. Gaubebeere. Eben 50% Beere. Damit ich wieder. Äh. Hochgehalt werde. Lass ihn so an in Lati reinkommen. Weil. In Lati reinkommen ist immer gut. Ist ja immer sehr gut. Wenn man manchmal was in Lati reinkommen kann. Und. Ja. Dann die. Ähm. Ja. Psycho-Shock. HP Kampf. Auflockern und Donnerwelle. Ja. Ist halt der Supporter jetzt im Team. Psycho-Shock und HP Kampf. Treffe ich. Gut. Ist nicht überragend. Aber gut. Ähm. Auflockern. Zum Hazards entfernen. Dann die Donnerwelle. Dass ich noch ein bisschen crippeln kann. Und das passt dann eigentlich schon. Aber jetzt ist Kribl-Shock. Der Boy ist cool. Und auch wieder dabei. Ich glaube das. Wait. War er im Zeitkampf dabei? War er gegen Akamask? Ist gut dabei. Ich glaube nicht. Oder? War er gegen Akamask dabei? Ne. War er nicht. Ähm. Auf jeden Fall. Ich spiele jetzt mal als Walband. Und trotzdem mit einem speziellen Move. Unfassbar. Und wieder freches Wesen. Äh. Damit ich die Stammboge spielen kann. Erstmal war es für. Äh. Was für Tango-Lost. Diesmal muss ich ein bisschen weniger Schaden machen. Weil jetzt ein Bulldo ist das. Ich glaube nur minimal mehr Spezifff hat. Aber dafür halt eine Vierfachschwäche. Heißt. Ja. Kann ich reindrücken. Haben wir Anpassungen Walband. Full Spez-Attack. Äh. Full Attack. 188 Speed. Die sind für. Ähm. Was war's? Die waren für Non-Invested. Wofür waren die nochmal? Äh. Wofür waren die? Waren die für Sturperf? Sorry. Ich weiß gar nicht wofür das war. Auf jeden Fall. Es hat einen Sinn. Wofür das war. Ich hab's. Ich hab's eigentlich nochmal gestern angeguckt. Aber ich weiß nicht mehr. Wofür das war. So. Äh. Wassertüße Abschlag. Kraftkulost. Stammboge. Ja. Passt eigentlich alles. Also ich treff alles effektiv. Ich hab die Stammboge noch da. Wenn ich hier. Äh. Budo treffen kann. Und dann würde ich sagen. Voll ich auf den Kampf. Der kommt dann. Am Samstag. Also. Von mir jetzt ausgesehen. Ich hab Besa am Dienstag. Ich schau jetzt gleich Champions League. Ähm. Sind das. Fünf Tage. Vier oder fünf Tage. Ich hab Mathe-Abi. Ich kann rechnen. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Dann euch noch einen schönen Tag. Schönes Freunde. Und. Bis. Morgen dann zum Kampf. Bye.